Erwey du Faubourg Saint-Honore ist der Name einer der weltweit wichtigsten Einkaufsstraßen, die im 8. Arrondissement von Paris liegt. Lage und Geschichte Sie stellt die westliche Verlängerung der Erwey Saint-Honore dar und bildet eine Ost-West-Traversale zwischen der Erwey Royal und der Place d'Eternis. Punkt Benannt wurde sie nach dem heiligen Honorius von Amins. Das Wort Faubourg bezeichnet im Französischen einen Vorort. Erstmals als Weg erwähnt wird sie im Jahre 1222, gehört also zu den ältesten Straßen von Paris. Seit 1635 hieß sie Chaussée du Roulet, um 1725 erhielt sie den Namen Erwey du Faubourg du Roulet. Bis 1860 gehörte dieser Straßenteil zum Vorort Faubourg Saint-Honore, ab 1860 gelangte die Straße in die Stadtgrenzen von Paris. Am 10. Dezember 1847 erhielt sie ihren heutigen Namen. Sie kreuzt unter anderem den Boulevardhausmann, die Erwey de Courchelles, die zur Place Vendome führende Erwey de Castiglione und die Erwey Royal. Die Erwey du Faubourg Saint-Honore und ihre nähere Umgebung waren seit jeher Wohnort des Pariser Großbürgertums, so etwa der Familie Rothschild. Nathaniel de Rothschild erwarb beispielsweise im Jahr 1856 die Kasekundenhaus in der Erwey du Faubourg Saint-Honore Nr. 33, der ehemaligen russischen Botschaft Bekanntheit. Die Rit du Faubourg Saint-Honore ist heute aus zwei Gründen bekannt. Einerseits haben sich hier zahlreiche weltweit führende Luxusmarkennamen der Mode- und Accessoirewelt angesiedelt, beinahe alle international bedeutenden Modehäuser der Haute Couture sind hier vertreten. Andererseits residieren hier der französische Staatspräsident und das Innenministerium. Zudem prägen zahlreiche Galerien wie die der Boards das Straßenbild. Führende Markennamen bereits am Beginn der Erwey du Faubourg Saint-Honore findet man Gucci in Haus Nr. 2, es folgen Deutsche und M. Gabbana-Formen. Katzier, Karl Lagerfeld, Chanel oder Jean Lanvin. Hermes wurde 1837 als Sattlerei von einem gebürtigen Krefelder gegründet und 1880 hierhin verlegt. Es folgt Pierre Bellmein, dann Leif Saint-Laurent, das Hotel Castiglione. Salvatore Fagamo, Edmond D. Rochelt residiert mit einer Bank und einer Asset-Management-Firma in 1947 und erinnert an den Großgrundbesitz der berühmten Familie in dieser Straße. Nach dem Élysée-Palast in Nr. 55 folgt in 59 ein und 60stel einer DK-Sekunde frühere Hotel Gustave de Rochelt, heute Sitz von Pierre Cardin, der seit 1966 in der Straße mehrfach vertreten ist. Gianni Versace ist Nachbar von Calvin Klein, es folgt Sonja Rückel, das Auktionshaus Sotheby's kam 1976 nach Paris. Das Hotel Le Bristol wurde hier 1758 erbaut als Hotel de Dames, der ehemalige Staatspräsident Nicolas Sarkozy ging hier oft speisen. In Nr. 128 residiert Sottis Paris. Kleine Kunstwerke aus Schokolade bietet die La Maison de Chocolat. Am Ende der RUE befindet sich die Konzerthalle Salle Plege. Auch die Haute Coiffeur mit renommierten Pariser Friseuren ist hier vertreten. Diese beschlossen im April 1945 prachtvolle Kosmetiksalons auf der Straße zu eröffnen. L'Oreal ist mit der 1935 gegründeten Edelmarke Lancome vertreten, auch Givenchy oder Karl Lagerfelds Duftmarke Chloé for Women sind zu finden. Die konzentrierte Ansiedlung dieser Luxusmarken macht die RUE-Fobour-Saint-Honore zur teuersten Pariser Einkaufsstraße. Sitz des Staatspräsidenten So wie Downing Street 10 der allgemein bekannte Amtssitz des britischen Premierministers in London ist, hat sich 55. Er Uet-de-Fobour-Saint-Honore als berühmte Adresse des französischen Staatspräsidenten etabliert. Er residiert in dem im Jahre 1718 von armen Claude Mollet erbauten Élysée-Palast. Zunächst diente er als Hotel-Partikulier, später als Tanzlokal, danach sogar als Luxus-Bordell, bis er 1873 zum Amtssitz des Präsidenten ausgewählt wurde. Die Dienstwohnung des Präsidenten misst knapp 200 Quadratmeter, während dem Bürgermeister von Paris im Rathaus von Paris 1.800 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Allerdings befinden sich auf dem Areal 365 Räume mit 11179 Quadratmeter Fläche. An der Airway-Fobour-Saint-Honore stehen vor den Präsidentenpalast die Wachsoldaten der Garderepublik in Verkehr. Die Airway-Fobour-Saint-Honore ist eine von Fußgängern und Kraftverkehr stark frequentierte Straße. Sie ist 2070 Meter lang und nur zwischen 13,80 und 14,50 Meter breit und teilweise sogar zweispurig befahrbar. Die an ihr gelegenen Luxusläden haben zwar feste Öffnungszeiten, doch bieten die meisten für spezielle Kunden eine individuelle Ladenöffnung an. So dass während dieser Zeit das Geschäft für den übrigen Publikumsverkehr geschlossen ist. Durch Sicherheitsmaßnahmen kann es in der Umgebung des Präsidentenpalastes zu plötzlichen Teilsperrungen des Straßenbereichs kommen.